Das ist Bruderschaft Making Of, Bruderschaft Remix, wir drehen gerade das Video, yo, yo. 30.17. Ja genau, wenn du so stehst, ist es viel cooler. Bruder, jetzt mal im Ernst, das ist echt noch kein Scherz. In letzter Zeit bin ich von dir echt richtig heftig genervt. Du bist den ganzen Tag mal offen, ich krieg dich kaum zu Auge. Aber wenn du dann frei hast, bist du bei deiner Frau zu Hause. Ich hab dich seit Wochen nicht mehr gesehen und Baba hat mich, keiner erreicht dich. Du wuchst nicht weg, als wenn du abgedaucht bist. Was ist los mit dir, hä? Wie kannst du nachts einschlafen, wenn du weißt, dass ich dich die ganze Zeit nicht erreicht habe? Bruder, Sachen passieren und Dinge geschehen. Ich bin nie vom Winde verwest. Du bist im Herz, egal, wohin ich auch geh. Was soll das jetzt sein? Willst du hier auflaufen machen? Dann wird es glaub ich mal Zeit, ein paar Dinge aufzuquatschen. Ich rat dir aufzupassen, bevor du mich angreifst. Wer von uns schweigen hat denn immer nur noch für Bitches Zeit? Statt mit Pfeiber zu scheiden, könntest du mehr für dich machen und fleißiger bleiben. Du bist schon greifst. Warte mal, warte mal. Was hast du da gerade gesagt? Ich hab gesagt. Mann, ich hab schon gehört, aber komm mal klar, da geht es aus. Ein paar Dinge aufzuquatschen, ich weiß dir aufzupassen, bevor du mich angreifst. Wer von uns weinen hat denn immer nur noch für Bitches Zeit? Warte mal, warte mal. Was hast du da gerade gesagt? Ich will so gerne mal eine Pause machen, weil es alles läuft wieder. Warte mal, warte mal. Was hast du da gerade gesagt? Mann, ich hab schon gehört, aber komm mal klar, du Arsch, laber mich noch nicht voll mit. Über 30 der Scheiß ist jetzt, du werf musst denn immer ohne mich zu fragen, Entscheidung, ja, für dich schon doch nicht mal mich einzuschätzen, das könnte noch nicht sein. Geht nicht daran, du hast CEO und Samuel allein. Was, CEO? Warum wohl mach ich den Shit? Ja, warum denn? Weil du am nächsten Tag die Hälfte der Sachen vergisst. Und das laffe ich nicht, weil ich will viel Zeit und Flug. Arbeiten ist ein Tapu, du extra nur vom ICQ. Alter, bleib mal cool, was ICQ? Komm, Mann, gib die Scheiße zu, hundertprozentig, das weißt du auch du. Mann, du machst immer auf Besserwisser und hörst mir keinem zu. Lappen schieb mal nach, weil du scheiß ICQ willst. Warte mal, boh. Mann, du machst immer auf Besserwisser und hörst mir keinem zu. Du, ich mach Biss und hab genug Überscheiß ICQ, das ist kein zu tun. Wer macht denn unsere Koneckis klar? Wen und wen ist die MPI überhaupt nicht klar? Das geht überhaupt nicht klar. Du schweigst mal tausend Parks, wer bringt alles auf dem Markt? Außerdem machst du einen Job, du sitzt nur auf deinem faulen Arsch. Halt dein Mord, du Arschloch, was nimmst du dir raus, wie du sagst? Nur weil du eine Zukunft wegen Leiderscheiß auf und du hast. Niemals! Du bist wie Baba. Nein, du bist wie Baba. Stimmt das nicht? Du gehst doch doch wie er. Du bist wie Erz und benimmst du dich. Nein, du bist wie Baba, du verstehst nämlich nichts. Nein, du bist wie der Erz, weil du ein Kollegiker bist. Du legst dich immer viel zu schnell auf, mit dir kann keiner reden. Nein, ohne dass du mein Bruder bist, sonst würde ich dich jetzt eine geben. Hör besser auf. Mach jetzt so? Ich dachte, du hast sie geschworen, dass du mir nie mehr auf die Fresse haust. Können wir die nicht noch ein bisschen schneiden? Ja, dann spannst du das Kabel noch mehr. Weißt du was? Scheiße! 30.7. Und ihr alle seid einfach gerippte. Noch einmal, noch einmal. Noch mehr da. Okay. Bruderschaft Mixtape. Ab 30.07.2010 erhältlich.